Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge. Davor war es zusammen mit dem Riko und den Arndt. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich trinke noch mal schnell ein Schluck und dann nehme ich die Soda hier mit. Konntest du dich jetzt an mir vorbeischleichen? Wollte ich nicht, habe ich. Riko kann das halt einfach. Das ist einfach ein krasser Dün, Junge. Alter, neckt das Jahrtausends? Ich glaube, hier schlafen Leute. Leute, da hängt einer ab. Oh, ich bin ja schon da, hallo. Ja, das war schon hinter Platz 9C hier. Geil. Gefällt mir schon da. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir sind ja vorher jetzt an der Höhle, wie wir es versprochen haben. Keine Lernversprechungen und ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ach, ich habe gedacht, hier pennen Leute. Oh, hier ist schon wieder was. Die Karte. Geil. Yes, Baby. Und hier ist noch was. Kompass. Alter, wie scheiße groß ist du denn? Loll. Ein Kompass. Was, 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 was? Ein Kompass liegt bei dir mit deinem Kopf noch. Jawoll. Geil. Hier ist noch was. Kann man denn mit irgendwas kombinieren? Hier ist noch was. Hier ist noch ein Zettel. Ach, wie kannst du das auskosten? Ach, Höhlenkarte, okay. Die geht nur für die Höhle. Ja, okay. Ist doch aber auch nicht schlimm, ne? Ne, das nicht. Kann man die jetzt immer? Ich überlege noch. Ah, die kann man jetzt immer mit L1 rausholen. Sehr gut. Was mit L1? Ach, gedrückt halt, ne? Ja. Ne, einfach L1 drücken. Ne, einfach nur tippen. Stimmt. Jetzt ist halt die Frage, dann muss man die jetzt immer aufhaben oder nicht, ne? Ja. Hier ist noch ein Passagier, glaube ich. Ja. Platz 9b. Ja, ich habe Alkohol gefunden, Leute. Scheiße, ich kann den Alkohol gefunden. Ja, da kombiniere ich mir gleich nochmal ein paar Pfeile mit Alkohol. Also bis jetzt habe ich noch genug Brandpfeile. Man kann die genug haben, Alter. Alter, ich habe 176 Stoff. Ich gucke mal, ob ich mir noch ein paar Pfeile machen kann. So. Ist hier noch was Schönes drin für mich? Bam. Das sind ein paar Schläge. Oh, da war was Snacks-mäßig hier, Alter. Snacks-mäßig. So. Ähm, ja, da können wir ja eh nur dann hier runtergehen. Ähm, 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 ähm. Ich glaube, man muss nicht die Karte aufhaben, um sie auszufüllen. Alter, was sind denn das für Geräusche? Hört ihr das auch, oder bin ich nicht der Einzige, der das hört? Ich höre doch hier Monster an alles. So, und den Kompass? Ach, da ist der Kompass. Ausrüsten? Ah, man, nee. Ey, ey, ihr müsst mal den Kompass ausrüsten, dann kriegt ihr nur ein Trophäe. Äh, lell. Wir laufen dann Richtung Westen, Leute. Boy Scout. Hast du auch gemacht? Hat er gemacht. Ähm, ich habe mir gerade noch mal ein paar Pfeile gemacht. Äh, gibt es unterschiedliche Pfeile? Kann das sein? Also stärkere Pfeile und schwächere Pfeile? Ja, aber ich habe den Hardway irgendwo herbekommen. Was? Lol. Ich habe Hardway. Ist ja geil. Mit Feuerzeug verwenden. Bei dem einen Steg, also wo du so hochklettern kannst, da kriegst du hier so, äh, ich glaube so Jagdpfeile oder was das ist. Okay. So, laufen wir jetzt weiter oder Pi oder Pause oder Pause oder Pi? Äh, warte mal, ich muss mir noch ein paar Brandpfeile machen. Mach Eier, Junge. Das ist ewig Zeit, du Fohre. So Leute, hat sich jetzt schon gelohnt die Folge, wir haben endlich den Kompass und die Karte, die Höhlenkarte. Das heißt, man müsste eigentlich auch in die anderen Höhlen irgendwann nochmal gehen. Auf jeden Fall. Muss ja auch lohnen. Ja, muss man ja schön ausführen, das Ding, ne? Hier geht es auf jeden Fall runter. Oh, hier hängen die Finger wieder rum. Ach, sweet. Sweet. So, ciao. Dude. Sweet. So süß. Ja, der läuft zu. Oh, das ging aber schnell jetzt. Iiiiih, jetzt liegt's denn hier schon wieder. Huch? Wollten wir nicht auch unseren Bogen mit der Taschendampe ausrüsten? Äh, das ist glaube ich mal die Idee. Oh, ich hab auch Aspray. Was brauchst du noch? Ach, Klebeband. Ah ja, stimmt, ich hab auch Aspray. Lol. So, wo ist die? Ah. Da? Und? Wo ist das Klebeband? Ich glaube aber die, äh, sieht man die, äh, Dings an meiner? Wo ist das Klebeband? Ach, da. Sag mal. Nee. Die dir glaube ich nicht, ne? Nee, ich glaube das sieht man nur, sieht man nur bei sich selber glaube ich. Das ist aber geil, alter. Na? Für die Höhle? Für die Höhle ist das schon nicht schlecht. Oh, Servus. Wie er so um die Ecke kam, alter. Krasser Dude, oder? Habe ich reflexmäßig glatt mal abgedrückt. Hast du gut gemacht, muss man schon mal sagen. Darf ich das sonst eigentlich überhaupt sowas nicht machen? Äh, ich hätte auch gedacht, hier ist es schlimmer mit dem... Man macht auf jeden Fall die, die Karte mit. Also man muss sie nicht dauerhaft aufhaben, bin ich der Meinung. Der hat mich auf, wenn ich falsch liege. Warte, ich guck gleich mal. Aber ich finde, das macht schon mit, ohne dass man so aufhaut. Ja, definitiv. Ja. Ja, ne? Die macht mit. Na ja, Gott sei Dank, sonst bist du, wenn wir die ganze Zeit hier aufhaben, das ist ja irgendwie ein bisschen blöd. Ich glaube, hier waren wir schon mal, hier ist irgendwie nichts drin, ne? Na, ist halt nichts drin, das ist halt einfach nur eine Verarsche gewesen wahrscheinlich. Na, aber hier geht's ganz schön weit hoch. Doch, hier ist doch was. Seil und Geld und eine Leiche. Ach, da geht's noch hinten lang, ich bin da nicht durchgekommen. Warum auch immer. Ducken. Ducken. Ducken musst du dich. Wie hat Ducken funktioniert? Äh, den rechten Stick drücken. Achso. Gut. Unfähig. Alles gut, alles gut. Oh, Andon. Du spielst mit dem Rigor zusammen, schlimmer kann's nicht werden. Entschuldigung. Hey, komm. Nein, alles gut. Ich hab gedacht, ich komm überhaupt nicht klar mit dem Bogen und mit dem Zielen, aber... Toll, wie du da durchgewatscht kommst. Bleib mal hier stehen. Ich geh nochmal zurück und dann guckst du dir das mal an. Pass mal auf jetzt. Wie das aussieht. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt. Sieht ja wohl bescheuert aus, Alter. Wie die Enten kommen wir jetzt durch. Mepp, mepp, mepp. Entenfamilie. Jawohl. Das sieht so gut aus, Alter. So, was geht hier ab? Alter, das ist jetzt aber auch... Oh, da unten schläft einer? Hm. Lol. Jetzt sind wir wach. Ich glaub, da hinten liegt noch einer, oder? Der ist tot. Da hinten? Der beim Wasser? Nee. Na, die alte Simulantensau. Hast's gesehen. Jawohl. Sauber. Halt jetzt deine Klappe, Mann. Schnauze, oder wie der heißt? Guck mal hier. Rettelst und mitnehmen. Gaming-Stuhl, mein neuer. Hier ist Stoff überall drin. Ist noch irgendwo drin. Ich raste ja einfach nur komplett aus, ja. Das Feuerzeug wieder an. Ist hier noch irgendwas interessantes hier hinten, oder? Jetzt gehen wir hier weiter. Hier ist ein Bauarbeiterhelm, den brauchen wir nicht. Komm auf. Gib mir deinen Stoff. Hier ist auch noch eine Kiste. Denke? Hier ist auch noch eine Kiste. Oh, hier geht's sogar weiter. Was ist das hier? Hier geht's auch weiter. Ach ja. Hier geht's nochmal runter. Warte mal. Hier ist ein Tun. Hier ist ein Tun. Oh, wo der Flugzeugstuhl liegt. Alter, geht das jetzt hier überall hin? Warte mal, wir haben doch jetzt eine Karte. Einfach mal drauf gucken. Alter, die soll man erstmal verstehen, die Höhlenkarte, ne? Mit den Höhenunterschieden und sowas. Muss man nämlich auch erstmal durchblicken hier. Alter, sind die hinten durchgelaufen, oder was? Wir sind hinten und dann irgendwo liegen. Lass mich doch nicht alleine. Ja, äh. Ja, das ist richtig. Oder? Ne, bist grad dran vorbeigelaufen. Hier kann man wieder raus, glaub ich. Hier kann man wieder raus. Ne, durch so einen engen Spalt durch? Hier. Warte. Ja, aber hier geht's raus. Also, du kannst dort bleiben, äh, Anton. Ich komm jetzt wieder zurück. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Ausgang. Nein, hier ist mir noch kein Spalt durch. Nee, also hier war ein Spalt, ja. Äh. Wollen wir erst nochmal in die andere Richtung. Da hinten ging's noch runter. Hint. Mega, mega. Es sieht aus, als würde es schon wieder hochwärts gehen. Wir wollen uns jetzt weiter grad durch. Servus. Servus. Ja, dann zeig mal hin. Zeig mal her. Hier hinten war nichts mehr, ja. Warte mal, hier geht's aber auch... Oh, hier geht's auch noch weiter, glaub ich. Also, haben wir grad die größte Höhe der Welt gefunden, oder was? Hier. So. Alter, ich snack mir erst mal ein. Gönnung, wa? Gönn dir. Richtig hart. Alter, wenn wir jetzt noch die Kettensäche finden, ne? Ja. Das ist glaub ich nett. Dass man alles hier... Hallo, rutscht der mal weiter? Juuuuh. Verbraucht aber Ausdauer. Was? Wenn du runterrutschst, ducken drückst, beim Klettern, dann rutscht er so runter. Verbraucht aber Ausdauer. Warum auch immer. Weißt du, hier mit der einen Hand rumbeklittern, weißt du? Weil er sich nicht anstrengend wird. Bei mir rutscht er gar nicht. Oh, guck mal, hier sind verbrannte Babys. Was? Oh Gott, Alter. Ich bin runtergefallen, alles klar. Läuft bei mir. Aber ich lebe noch. Geil, Alter. Ihr habt nur so gehört, so... Uah. Alter, warum sind denn hier so... Erst mal mit Zieming. Das wollte ich dir auf den Boden geglitschen. Äh. Ja, geil. Alter, was ist das denn? Wir haben Flager gefunden. Wir haben die Pakete gefunden. Alter, das ist ein bisschen Pornosammlungen, Alter. Wir haben ein neues Outfit. Hier ist rote Farbe. Und ein Brief. Einen Zettel. Multiples. Gabapolar. Was? Einen Pinsel. Einen Pinsel. Einen Pinsel. Alter, wie viel Dynamit liegt hier rum? Ich hab einen Pinsel gefunden. Geil, Alter. Alter, was hier rum liegt, Junge. Alter, guck dir das Dynamit an und wir können nicht so viel mitnehmen. Ich geh fest. Hier ist die Axt. Alter, was soll die Pfeile rumliegen? Hier ist die moderne Axt. Hier ist die moderne Axt, Alter. Geil. Geil. Yes, Leute, wie geil kann denn die Folge werden? Leute, die beste Höhle der Welt, Junge. Geil. Toll, jetzt kann keiner mehr das ganze Dynamit mitnehmen, gell? Nee. Schade. Fuck. Ich trinke mir erst noch mal einen hier. Ey, hier sind Pfeile auch. Geil. Jawoll. Das ist ja wirklich die beste Folge der Welt. Neues Outfit gefunden. Da müssen wir uns merken, Alter. Wo ist denn die auf der Karte? Ja, das kannst du jetzt... Okay, die merkst du dir ja jetzt nicht. Du weißt, wir müssen es ja auf der Oberwelt merken, wo das ist. So. Wie kann ich denn die Axt verbessern? Ach, genauso wie die anderen. Okay, mach ich nochmal. Stimmt, das wäre ja echt eine D erstmal, ne? Zehne. Alter, wie viele Zehne haben? Warte mal, wie stark ist denn die überhaupt erstmal? Was hat denn die gut und was nicht? Oh, die ist ja... In der Geschwindigkeit könnte es noch ein bisschen besser sein. Das ist richtig geil, Alter. So. Also ein bisschen Federn draufballern hier. So. 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 Jetzt haben wir noch ein paar Zähne dran. Ja, hallo. Was? Zähne kann ich aber nicht mehr dranhauen, Alter. Das ist doch nicht scheiße, Alter. Zähne und... Ja. Aber auch interessant, wie viele Kassetten die mit hatten bei dem Flug. Ja, ne? Das stimmt, Alter. Schmuggeltransport. Oh. Okay, ich könnte noch ein paar Zähne dran platzen. Nee, bin ich fertig. Ich hab mehr Federn dran als alles andere. Ja, ich auch. Ich hab gar keine Federn. Nice, Alter. Nice. Federn, dass ich Pfeile machen könnte. Äh. Ich mach mich mal kurz rot. Hab ich auch schon gemacht. Du kannst den Pinsel da drüber auch einsammeln. Achso, ich hab mich schon grad gewundert, warum der nichts macht mit dem Pinsel. Wo liegt der jetzt im Inventar? Äh. Gute Frage. Stimmt, wo ist denn der Pinsel? Stimmt, wo ist denn der Pinsel? Ey, das... Warum kann man nur fünf... Fünf Dynamit mitnehmen? Das verstehe ich auch nicht. Ja, stimmt, wo ist denn der Pinsel? Was ist denn der? Was ist denn der? Also... Aber hä? Was ist denn der? Ja gut, da kann ich nicht mitreden. Die hab ich nicht. Nee, stimmt. Alter, ich hab acht Batterien. Alter, was geht ab? Die Geräusche, wenn man überall drüber geht, ey. Hm, die ganzen Outfits und so. Wo ist der Pinsel? Ach, ist mir so wurschtig. Alter, wie sieht er... Wie sieht denn der Anton aus? Na, oh. Na, auch rot angemalt. Guck mal, weil die Augen beim Anton... Das ist bei dir auch so. Das ist, weil die rot angemalt sind, ja. Oh, guck mal. Das... Die alten Klamotten haben sich ja auch publiziert. Nee, das sind drei Outfits gewesen. Da lag da nur eins drüber. Nee, da lag nur eins. Bei mir lange schon mehrere. Ja, weil ich dann auch noch eingesammelt hatte. Das kann natürlich auch sein. Echt. Doch, hab ich mitgenommen. So, wollen wir weitergehen? Warte mal, was waren das denn für Pfeile? Äh? Brandpfeile? Nee. Nee, normale. Kann ich ja hier einmal gleich Brandpfeile draus machen. Zack. Ja. So. Gehen wir mal weiter. Den Bogen, es gibt auch einen besseren Bogen, glaube ich. Ja. Den würde ich auch gerne haben. Den würde ich auch gerne. Den würde ich auch gerne. Den würde ich auch gerne. Alter, die Höhle ist ja der Mega-Shit, ey. Da können wir nämlich den anderen aussodieren auf dem Waffenständer oder so, ne? Ja. 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 Vor allem ist der halt auch besser bestimmt, ne? Und die alte Axt. Ja. Es gibt ja auch noch diese Spannpfeile, glaube ich. Ja, da hatte ich jetzt ein paar. Deswegen habe ich gefragt, ob es unterschiedliche Pfeile gibt, weil das waren komische Pfeile, die ich jetzt einmal hatte. Ich habe trotzdem Brandpfeile draus gemacht. Oh. Oh, der war schon nice. Alter, die Folge ist echt Bombe. Die Höhle ist echt Bombe, Alter. Da drauf gönne ich mir nochmal ein. Da drauf. Nee, das sag ich jetzt nicht. Wiegst du? Was? Darauf wiegst ich mir ein. So, hier kann man her, ne? Beim Stuhl rechts sozusagen. Schön eingekroilt. In dem Bürostuhl kann man her. Von rechts kam er genau. Hier. Alter, wie steht denn hier ein Weg Andon, du alte Pfeiler? Ich, ich musste was essen, bevor ich hier umfalle. Gönn dir. Ach, süß. So, hier geht es noch weiter auf jeden Fall. Da geht es aber auch wieder zweimal. Einmal links und einmal rechts irgendwie. Sehr kompliziert. Ich würde rechts sagen. Immer rechts. Rechts ist immer gut. Nein, Spaß. Rechts ist nicht gut. Nicht, dass das jemand falsch versteht hier. Führ uns auf den rechten Weg. Ich bin euer Führer. Was? Adolf 10, Junge. Hallo. Freundchen, jetzt reist zusammen. Ja, Leute, die Bodybuilding verfolgen, wissen was gemeint ist. Also keiner. Jo, hier liegen wieder die Herzen um. Hier geht es wieder hoch und runter. Wo? Ich habe den Kopf gefunden von der Spielfigur. Oh yeah, geil, Alter. Oh, hier gibt es auch was zu essen, Alter. Das nächste Mal. Hey, ich habe das erste Teil gefunden. Jawoll. Gleich wieder kombinieren, Junge. Zack. Kombiniert. Jawoll. Ja, den Körper zeigt es nicht an von der Figur bei mir. Bei mir schon. Er zeigt jetzt nur den Kopf an bei mir. Bei mir hat er jetzt den Arm, den Körper und den Kopf. Ich bin noch zwei Beine und... Wollen wir dann hier hoch oder wollen wir... Da kam Geld raus. Äh, ich denke mal, da oben geht es eher raus. Guck mal, was sagt denn die Karte hier? Guck mal, da ist ein Norden. Wollen wir mal kurz den Kompass auf. Dafür ist der Kompass auch nämlich gut. So, wir gucken jetzt nach Osten. Du brauchst noch ein neues Herz. Verliegt gerade eins. Nö, meins ist noch ganz gut. Hab ich gerade hier abgelegt. Ich bin jetzt nicht schlecht mit. Aber hier ist Norden wahrscheinlich in die Richtung. Ja, das ist Norden. Wenn es so rum geht, hast du... Alter, das soll immer einer verstehen, Alter. Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir da hin, Rego? Da hin, wo du jetzt hinguckst oder nicht? Ach komm, wir gehen jetzt einfach da hoch, fertig. Wegen Stiggis. Wow, Alter. Fick deine Mutter, ey. Wo denn? Auch hier? Cool. Kann man die schlagen? Oh, Tatsache. Ja, ich hab's gerade gehört, Alter. Hier liegt sie. Gute Nacht. Vielleicht nochmal einen Test? Jo. Geil. Hier spaltet sich das doch Arschwöder irgendwie links und rechts. Alter, das ist doch nicht normal. Was ist denn das für eine Höhle, ey? Hände, was ist der? Verzweigt? Ja, die ist echt mehr als verzweigt. Hier geht's auch schon irgendwie in einen schmalen Gang, aber, ne? Geht es hier weiter? Auch doch. Hier liegt bestimmt noch andere. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon? Ja, ich wollte's grad sagen. Ja, ich wollte's grad sagen. Hier waren wir doch schon. Andron. Nein, Junge. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier links runter, ne? Hier geht's jetzt aber nicht irgendwie extra weiter, oder? Das sieht so nach Wasser aus. Hier geht's noch weiter. Hier kommt ein Wasserfall von oben runter. Und dann hier links lang geht's weiter. Hier, ja. Alter. Aber hier geht's, glaub ich, hoch. Ja, hier geht's hoch irgendwie. Äh. Sind wir hier hergekommen? Sind wir hier hergekommen? Wenn wir beim, wenn wir beim Lager sind, ne? Ich glaub, hier sind wir hergekommen. Wenn wir beim Lager sind, wollen wir da einen Schrank bauen? Kann man da Sachen reinlegen? Lass man da nochmal hergehen und mit dem Klinik eindecken oder so? Äh. Gute Frage. Das müsste eigentlich gehen, oder? Irgendwie sowas kannst du, glaub ich, bauen. Ich bin erstmal überfragt. Na klar, hier ist man reingekommen. Hier ist doch der Spack um die Ecke gelatscht gekommen. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. So. Hier war der, war das nicht hier, wo du gesagt hast, dass die zu los sind? Hier sind wir doch eben hochgekommen. Genau. Ne, wir wollen ja wieder runter, sozusagen. Dann müssen wir eigentlich hier weitergehen, ne? Jo. So, also da lang. Hier lang, ne? Ja. Äh. Oh ja. Äh. Das sieht mir sehr verdächtig aus, da vorne. Ja, das sind sehr viele Gegner. Oh, ich seh sie. Drei Stück. Oh, ich seh sie. Drei Stück. Oh. Okay. Oh. 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 ich könnte hilfe gebrauchen alter er schreit aber rum wie kein anderer so alles gut ich habe gerade medizin gefressen sehr gut die freile kannst du dann wieder einsamen ich habe schon welche eingesammelt alles gut sieht gut aus bei mir 30 pfeil habe ich alles cool ich habe ein ja wohl dass sie gleich das hatte die karte jetzt schon wieder runter okay die karte versteht auch kein mensch so wo gehen wir jetzt lang hier unten warte mal warte mal ja ich glaube schon mal stück weiter alles gut hier wird es laut wegen wasser und so ich glaube dafür braucht dann auch das taucherzeug hier geht es hoch ein stück minimal also das seil hier wenn du hierhin gehst ja hier drüben ja ich denke auch hier brauchen wir wahrscheinlich taurausrüstung oder ich weiß nicht vielleicht so was schönes guck mal schnell weiß wir brauchen auch die kletterhaken dinger da hier besser als man diese die werden halt auch noch geil hat man jetzt schon ein paar höhen drin ok hier oben scheint nicht viel zu sein doch hier oben jetzt jetzt mit hoch bekommen ja ja wir sind da ob das macht so wie der büro stück hier geht es glaube ich raus oder hier ist feiern flugzeug stück immer hier kannst du dynamit ablegen sieht nicht so aus also zumindest wird nichts angezeigt ich würde sagen hier ist einfach nicht hier hier liegt ein koffer ne warte mal hier ist ein exit glaube ich hier steht irgendwas mit exit auf der karte wenn du die öffnest ich nur mal ein outfit echt guck mal wenn du die karte aufmachst das sieht doch aus als wenn der exit oder sowas steht kann man auch so oder sowas stimmt ja da wird ein eingang sein also muss doch hier irgendwo eigentlich den kannst du bestimmt doch hier den kannst du bestimmt von der anderen seite sprengen das ist ja das ende des spiels warte mal welche richtung gucken wir jetzt warte mal wir gucken jetzt in richtung in richtung in richtung westen westen ist hier links ne der exit müsste eigentlich dann ja eher hier irgendwo sein diese richtung der alkohol hier drüben muss ein exit sein wenn dann geht die wieder aus die fackel bestimmt verbesserter stock entweder wenn sie kaputt ist oder dann wenn es weg steckt ist hier ein exit ne das ist gar nicht der höhlenabschnitt wo wir sind glaube ich zwecks dem exit wenn man jetzt mal so auf die karte guckt ich glaube das ist eine andere höhe sozusagen ganz kompliziert gemacht liegt hier was eigentlich was eine zeichnung timmy und ich und seine spielzeugroboter wahrscheinlich cool wo geht es denn hier hin ich habe eine anzeige gepackt ach das ist doch zum kotzen ne jetzt ist weg guck mal hier geht es auch noch irgendwie runter ich weiß nicht ob es das geplant ist dass man hier runter kann aber ich gehe jetzt hier und das meine ich hierher gekommen ist wieder so eine flasche nicht ach klar da unten ist doch das komische loch hier aber ich habe das gefühl dass hier ich habe irgendwie das gefühl dass hier ein galoppel ich guck mal schnell hier unten ob es hier noch weiter geht bei dem wasser das ist laut ja klar da hinten sind wir hochgeklettert naja wir sind wieder hier beim wasser spontan würde ich sagen muss man hier wirklich tauchen ja taucheranzug glück hier leider die taucherflaschen die taucherflaschen haben wir ja nicht schon ja nur der anzug noch geil ne also ihr braucht gar nicht herkommen hier geht es nicht weiter lohnt sich nicht so das heißt wo müssen jetzt hin um noch irgendwas zu erkunden oder wieder raus zu kommen du hast du hast passt ja klar ich tue den topenkopf schädel schlagen und es kann blut raus ja natürlich vielleicht vielleicht sollte das auch da stehen oder was geht's ab doch hier sind noch hergekommen ich na ja wir müssen ja irgendwo wieder lang gehen oder weil woanders ich glaube nicht dass da hoch ich schiebe hier immer wir müssen an den felsen vorbeigehen Ja, bei der Riko stand im Weg hinter mir. Ich konnte nicht nach links, deswegen. So. Jetzt sind wir wieder hier. Neues Tier entdeckt? Jetzt waren wir hier schon in beide Richtungen. Waren wir jetzt ein neues Tier entdeckt? Ledermaus oder Bier? Ist es hier überhaupt kein Tier? Nein, egal. Kann ich die mit einem Feuerpfeil abschießen oder was? Äh, über euch. Ich glaube, das... Ah, ja. Schlitz, Schlitz, Schlitz! Schlitz, Schlitz! Oh, 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 oh. Okay. Ich habe mal ein paar... ...Federmäuse geschlitzt. Erstmal deine Aggression frei laufen lassen. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt mal kurz hier ein bisschen aggro werden. So, waren wir jetzt noch irgendwo noch nicht lang gelaufen? Wir sind mal hergekommen wieder. Ja, das ist ja klar. Aber waren wir irgendwo... Wir waren doch irgendwo nicht lang gelaufen, weil wir gesagt haben, wir gehen erst mal sozusagen da lang. Weißt du, wie ich meine? Doch, mussten wir ja, weil wir wieder zurückgelaufen sind. Ich dachte, wir hätten aber gleich am Anfang der Höhle irgendwo schon mal... in der andere... Guck mal, hier waren wir hier schon? Achso, doch, hier war ja der Bürostuhl. Hier gab es auch keinen anderen Weg mehr, oder? Das ist kein Bürostuhl. Äh, ja, du mal weißt schon. Das ist ein Flugzeug. Ja, ja. Das ist dasselbe. Wurscht, Alter. Alles das selbe. Hier unten waren wir drinnen jetzt. Oh. Hier steht irgendwas... Guck mal, guck mal auf die Karte. Da steht links unten irgendwas mit bla 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 Cave, oder? Da steht... Die haben wohl Namen gezeigt, ne? Warte mal, ich geh mal an... Nee, da steht Exit drüber. Ach, da unten. Ja, links unten. Baby Cave. Ah. Stimmt, Baby, das kann sein. Ach, das war, wo wir drinnen waren. Wo das, äh, das Lager war. Baby Cave. Da lagen doch die Babys rum. Ja, stimmt, das kann sein. Ja, wo müssen wir jetzt langen, dass wir entweder rauskommen, oder noch woanders hinkommen? Geht's da hinten weiter an, dann? Boah. Da, wo du grad warst? Ich steh neben dir. Ach, das ist... Alles klar. Hier, hier ist... Ach, ne, hier, wo ihr doch schon mal war, da waren wir doch nicht weitergelaufen. Das ist, glaub ich, kein Ausgang. Nee, da waren wir nicht weiter. Das stimmt. Ich wusste, dass irgendwo noch was war. Äh, warte mal, ich muss mir erst mal was snacken hier. Ich hab schon wieder... Bin schon wieder hart am... Am abdursten und so. Am abdursten? Ja, das kommt bestimmt auch noch irgendwann. Ah, ja. Alter, wo läuft mir den D-Lang? To-Do-Liste aktualisiert, ah, ja. Okay. Äh. Ja, To-Do-Liste aktualisiert. Jetzt ist ja... Warum zeigt das bei dir immer an und bei mir nicht? Weiß nicht, weil ich kribbel? Und da ist das nächste Ding... Oh, ich kann jetzt auch die Totems bauen. Das nächste Ding in meiner Einzelspieler-Welt, ne? Ah. Das ist bei meiner To-Do-Liste nichts. Okay. Aber auch gar nichts. Obwohl ich auch, äh, auf Survival bin und so. Keine Ahnung. Ich weiß, hier ist ein Outfit. Neues Outfit gefunden. Ja, aber. Alter, über uns läuft doch irgend so ein Vieh. Ja, das war ich hier. Bist du denn bei Schlächer, ey? Das war ich hier. Äh, das war's wohl hier schon, oder was? Das ist auch wieder eine Sackgasse. Ja, das ist auch, auf der Karte siehst du auch, das ist eine Sackgasse hier. Sackgasse? Sackgasse. Sackgasse. Der hat halt auch nie alt. Stuhlgang. Oh, das war auf dem Campingstuhl, andern hier. Wenn dir. So, okay. Dann waren wir hier halt mal kurz und haben noch mal was gesammelt, ne? Was haben wir hier noch? Ach, ja. Äh, wie komm ich denn jetzt hier wieder raus, Leute? Wunder. Wenn du reingekommen bist. Wir müssen in irgendeinem, warte mal, wir müssen in Richtung Westen laufen, da sind wir noch nicht gewesen, angeblich. Richtung Westen. Wartet ihr mal kurz? Ja, ja, ich muss jetzt eh gucken, wo der Westen ist. Ja, da kommt doch mal klar auf dein Leben. Gegenüber vom, äh, Osten. Hier ist Westen, in diese Richtung. In die Richtung müssen wir laufen, hier waren wir noch nicht. Ah, nee, hier ging's aber raus, glaub ich. War das nicht hier, wo der Ander und ich dann rausgekommen sind, ja, ne? Ja, ich glaub, hier kommen wir auch wieder raus. Ja, hier kommen wir raus. Hier geht's raus, jawollski, Alter. Au, jetzt wird's noch alt. Oh, es ist hell zum Glück. Hui, schönen guten Tag. Oh, Ander, ich kann in dein Innerstes blicken. Aha, und wie ist das rein? Dreckig. Dreckig wie die. So, äh, ich will mal kurz was testen, Leute. Nur mal, weil's geht. Die Axt wahrscheinlich, ne? Hm. Keine Veränderung. Oh, Dorf, aus wenig erschienen. Äh, hier ist schon wieder ein, äh, ein Dorf. Ich weiß nicht, ob das das Dorf ist, wo wir rein sind. Also hier, Baby-Cave-Dings. Das sieht aber eigentlich anders aus hier, ne? Das ist ein anderes Dorf, ja. Ja, ne, würde ich auch sagen. So, jetzt müssten wir nur noch die andere Lüge finden, dass der Ander auch mal endlich sein Katan hat. Ich bin schon wieder Outfit gefunden. So, erstmal so crazy. Jawoll, wir fliegen dann. Oh, ist das der See? Ne, das ist ein anderer See, oder? Ne, das ist ein anderer See. Oh, Alter, hier fliegen schon. Die fliegen durch die Gegend, ja. Wie der Ander die Koffer halt nicht aufkriegt. Ja, okay, mit der Axt ist das immer so eine Sache für sich, ne? Jetzt hab ich jemanden gehangen. Ah, hier ist aber auch schön, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Ja. Mit der Deko hier auch noch einmal frei. Oh, hier ist es durch. Ich wollte aber sagen, dass wir erstmal die Folge beenden, weil wir sind jetzt schon wieder ein bisschen drüber, aber okay. In so einer Höhlenfolge kann das schon mal ein bisschen vorkommen. Da ist das schon mal okay, würde ich sagen, oder? Hier ist schon wieder ein Topf, Alter. Ach, die zwei Sekunden, die wir überzogen haben. Naja, fast. So. Vier Sekunden. Oh, hier kann man was sprengen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Hehe. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.